Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Karst. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 800 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Die Wohnung befindet sich in Karst. Die Wohnung befindet sich in Karst. Diese Wohnung befindet sich in Karst.